Ach herrje, hier wird doch nicht etwa jemand müde sein. Das kleine Mädchen kann kaum noch den Kopf oben behalten. Bloß gut, dass es Freund und Helfer gibt. Der hauseigene Hund opfert sich und stellt sich als, sagen wir mal, Schmusestütze zur Verfügung. Ein echter Kavalier. Stellt sich die Frage, wie das wohl in ein paar Jahren aussehen wird. Ja.